Laut West stehen Flugzeuge. Das ist auch Spawn, das weiß ich. Alex, wir nehmen einen Baum mit. Oder eine Stromleitung. Oder beides. Oder ein Haus. Oder ein Leuchtturm. Der findet schon irgendwas, was ihm gefällt. Ja... Er versucht uns zu imponieren. Meinst du? Ja. Baum, 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 Baum. Wenn er es schafft, dich zu entschränken, dann funktioniert das auch so. Das ist nicht eine Vettel-Charge dabei, dann muss ich immer imponieren. Das ist leider nicht Battlefield, wo man das aus einem gefliegenden Heli werfen kann. Das wäre echt noch geil. Ich weiß, was er macht, Alex. Und du auch? Ich habe da so eine Vermutung. Ich scheine damit falsch zu liegen. Und du auch. Ich werde sterben. Einfach starten lassen. Einfach laufen lassen. Und freuen lassen. Ich bin mir jetzt sicher, ob ich zum Abheben nach oben oder nach unten brücken muss. Am Steuerkreuz. Da ist der Abheben nach oben. Hier, ich fliege schon. Ja, aber nicht zu steil hochziehen. Weil ansonsten fällst du runter wie ein Stein. Oh, oh, ey. Warum? 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 Was? Ich bin dort runtergeflogen wie ein Stein, ja? Ja, Strömungsabwehr nennt sich das. Michael Blacks. Bullshit. Ja, das war ein kurzer Ausflug. Ich bin nur 100 Meter geflogen wie ein Adler und dann abgeschützt wie ein Stein. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Alles gut. Deswegen wollt ihr den Heli auch machen. Aber ich hab die Beli. Das ist immer ein Schuss. 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 Das geht doch schief. Nö. Theoretisch müsste man ja auch an der linken und rechten Seite dreieckigen durchfliegen können, oder? Was für dreieckiger? Dreieckige? Nein. Gott, du kannst mich aussteigen. Nein, wieso denn? Ah, das fährt 60 Meter, 70 Meter. Ach komm, make ever. Nein, ich bin viel Verderber. Ne, du bist eine Pussy. Boah, live. Du weißt schon, dass ich das noch lesen kann, ne? Ja. Ja. Target now. Oh, nein, nein. Zero, voll. Ja. 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 Ach, das war das zweite Tag. Genau. Ist das dann jetzt das Akmercamp? Nein. Boah, nein. Wenn du kein Schloss hast, dich abzuschließen, dann ist das total alles klar. Alex, wie lässt du mir meinen Fass? Ich weiß. Schlimm mit mir. Ja. Zielen Sie auf den Haus bei 23. Oh nein. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Okay, hat nicht funktioniert. Ihr seid aber noch nicht tot. Aber ich glaube, wir verbluten gerade alle. Ich habe gerade einen Survivor getroffen im Wald. Ich habe ihn gesehen und bin umgedreht. Ah, ich werde verbunden, das ist ja nett. Wenn er mich jetzt noch mit Drake Body von dem brennenden Frack weggezogen hätte, wäre das super. Super. Ey, ich schätze, ich bin ohnmächtig und dann gehst du auf meinen Rucksack. Hammer. Vielleicht legt er dir ja auch nur was rein. Oh, da steht er so wie. Ich komme da unten, ich komme da unten. Ich komme da unten. Ja, stimmt. Joe hat irgendwas gesagt. Da im Nord-West, äh, geht ein Zuff. Baut ihm mal zum Braten, zwar nicht richtig. Der wird wahrscheinlich gelber in den Haupten geschossen. Kannst du einen kleinen Abstecher Richtung Devils Castle machen? Das ist echt so wichtig. Um es zu sagen. Oh, nee. Oh, nee.